Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit am Start seid. Oder falls ihr neu dazugekommen seid, herzlich Willkommen. Ich liebe die Vorweihnachtszeit, deswegen habe ich auch so unglaublich gute Laune. Ich liebe diese kuschelige, gemütliche Jahreszeit, in der man sich einfach auf dem Sofa mit einer Decke einmuckeln kann oder im Bett. Und deshalb habe ich mir, wie sonst auch, meinen Tee gemacht. Also, falls ihr Bock habt, holt euch noch was Geiles zu trinken oder irgendwas anderes, worauf ihr Lust habt. Und dann macht es euch richtig gemütlich, denn wir starten jetzt mit der Triggerwarnung. In dem heutigen Video geht es um Mord an Kindern. Und zwar sind diese Kinder noch wirklich sehr jung, deswegen möchte ich vorab die Info aussprechen. Alle, die sich solche Inhalte nicht anhören oder anschauen können, würde ich bitten, das Video nun auszuschalten. Der heutige Fall ist wirklich extrem erschütternd und ich kann absolut zu keinem Prozent nachvollziehen, wie der Täter das tun konnte. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen werdet, aber genug um den heißen Brei gequasselt. Jetzt legen wir los und gehen direkt in den Fall. Heute geht es um Rachel Henry. Rachel Henry stammt ursprünglich aus San Diego, Kalifornien, wenn man ihrem Facebook Glauben schenken mag. Sie ist nach einiger Zeit nach Oklahoma gezogen. Wann und warum sie dorthin gezogen ist, ist unbekannt. Sie hat von 2011 bis 2015 die High School in Oklahoma besucht. Danach hat sie am Gordon Cooper Technology Center ihre Ausbildung zur zertifizierten Krankenpflegerin abgeschlossen. In ihrer Freizeit liest Rachel unglaublich gerne und scheint wohl auch ziemlich viele Bücher selbst zu besitzen. In den Jahren nach ihrer Ausbildung wird Rachel Mutter von drei Kindern. Ihr ältester Sohn ist drei Jahre alt und heißt Zane. Ihr zweitältestes Kind ist ihre Tochter Mariah und sie ist 23 Monate alt, also knapp zwei Jahre. Und ihre jüngste Tochter, Kataleja, ist sieben Monate alt. Der Vater der drei Kinder heißt Petro Rios und scheint wohl schon ein Kind aus vorheriger Beziehung zu haben namens Junior. Er ist ungefähr 30 Jahre alt, doch es gibt wohl einige Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen ihm und Rachel. Es gab Kontakt zu den Behörden in Oklahoma. Der erste Kontakt fand im April 2016 statt. Rachel und ihre Mutter stritten, da ihre Mutter sauer auf Rachels Partner Petro war. Die Polizei wurde wegen des lautstarken Streits informiert. Im April 2017 dann die zweite Meldung. Rachel selbst informierte die Polizei. Angeblich habe Petro ihr und scheinbar ihrem ersten Kind Zane gedroht. Sie stellt die Beschuldigung auf, Petro habe ihr Geld gestohlen. Rachel sagt, sie hat extreme Angst vor ihm und will nun Schutz durch die Behörden haben. Aufgrund dessen finden die Kontrollen durch das Department of Human Service von Oklahoma statt. Diese sind für den Schutz des Kindeswohl zuständig. Am 4. und 5. Juli 2018 erneuter Kontakt vom Department of Human Service zu Rachel und Petro. Rachel berichtet, sie sei dabei, sich von Petro zu trennen. Das Department of Human Service sagt zu Rachel, Petro soll die Wohnung verlassen. Wenn sie mit ihm gesehen wird oder Kontakt mit ihm hat, kann es dazu kommen, dass die Kinder ihr weggenommen werden. Am 28. August 2018 hält die Polizei Rachel und Petro an. Auf Nachfragen der Polizei, wo die Kinder seien, ist Rachel unkooperativ. Daraufhin finden am 30. August 2019 weitere Kontrollen des Department of Human Service statt. Bei einer Kontrolle zu Hause sprachen die Sozialarbeiter mit Rachel. Sie fragten, wo die Kinder sind. Rachel antwortet ihnen, sie seien mit Petro, ihrem Vater, in einem anderen Zimmer. Aufgrund dessen werden die Kinder eine Woche bei Familienangehörigen untergebracht. Doch dann schien sich die Beziehung zu bessern, denn das Department of Human Service wird eingestellt. Doch das Glück hielt nicht lang, denn 2019 ein großer Schicksalsschlag für Rachel. Denn ihre Mutter starb in diesem Jahr. Sie und Petro wagten einen Neuanfang. Sie zogen zwischen Spätsommer und Anfang Herbst 2019 von Oklahoma nach Phoenix, Arizona zu Petros Tante. Rachel, Petro und ihre gemeinsamen drei Kinder leben von nun an bei Petros Tante mit ihr zusammen in ihrem Haus. Rachel ist Hausfrau und Mutter. Sie versorgt ihre Kinder. Petro arbeitet. Sein Beruf ist jedoch unbekannt. Ein neues Jahr bricht an. Und wir kommen zum 20. Januar 2020. An diesem Tag geht ein Notruf bei der Polizei ein. Um 19.20 Uhr werden die Ermittler zur East Vineyard Road in Phoenix gerufen. Eine Frau ruft an und meldet drei Kinder vermeintlich tot. Die Beamten treffen an dem Haus ein. Vor dem Haus treffen sie Petro Rios, Rachel Henry und die Tante von Petro. Diese lassen sie ins Haus und dort finden sie im Wohnzimmer auf dem Sofa nebeneinander liegend drei kleine Kinder. Jeder Rettungsversuch ist absolut aussichtslos. Die Rettungskräfte können nichts mehr für die drei tun. Natürlich gibt es eine ganz besondere Frage. Was ist mit den Kindern passiert? Und wieso sind sie aus heiterem Himmel einfach tot? Es fangen direkt die Befragungen an. Und die Polizeibeamten fragen den Vater der drei Kinder, Petro Rios. Rios sagt den Ermittlern, dass er an diesem Morgen wie sonst auch zur Arbeit ging. Er kam gegen 14.30 Uhr von der Arbeit zurück. Als er das Haus betrat, rannte ihn sein Sohn Zane in die Arme. Er nahm ihn auf den Arm und er sah seine kleine Tochter Kataleja in der Babyschauke sitzen. Von Rachel hatte er jedoch das Gefühl, dass sie sich irgendwie ertappt fühlt. Doch er dachte sich nichts dabei und setzte sich mit seinem Sohn Zane zum Spielen ins Wohnzimmer. Nach kurzer Zeit nahm er seine Tochter Kataleja dazu und sie spielten insgesamt so 15 bis 20 Minuten. Währenddessen fragte er Rachel, wo Mariah sei und sie sagte ihm, sie habe sie zum Mittagsschlaf hingelegt. Danach setzte er sich mit seinem Sohn und seiner Tochter Kataleja aufs Sofa und sie schauten einen Film. Währenddessen wurde Petro immer müder und wollte sich von der Arbeit ausruhen. Er sagte, er erinnert sich noch, wie sein Sohn Zane ihn anschaute und ihm sagte, Ich liebe dich Papa und er entgegnete ihm, ich liebe dich auch mein Sohn. Danach drehte er sich zu seiner kleinen Tochter Kataleja und sah, wie sie noch mit ihrem Babyspielzeug spielte. Sie aßen gemeinsam Süßigkeiten und Petro wurde immer erschöpfter. Er lehnte sich zurück und döste langsam ein. Er hörte, wie Rachel sagte, dass sie die Kinder gleich zum Mittagsschlaf hinlegt und er dachte sich nichts dabei, denn es ist nichts Ungewöhnliches, dass seine Kinder in dem Alter noch Mittagsschlaf machen. Er sah zuletzt seine kleine Tochter mit ihrem Babyspielzeug spielen und dann schlief er ein. Nach einiger Zeit wurde er geweckt. Er kann nicht genau sagen, wie lange er geschlafen hat, doch er wurde von seiner Tante geweckt. Seine Tante hielt sich wohl auch die ganze Zeit im Haus auf, wohl nicht im gleichen Raum, aber sie war anscheinend oben oder in einem anderen Raum. Sie weckte ihn zu einem Videochat mit seinem Sohn Junior. Er wurde wach und er sprach mit ihm. Am Ende des Gesprächs kam seine Großmutter ins Bild dazu. Die Großmutter fragte, wie geht's meinen Babys und wo sind denn die Kinder? Und er schaute sich um, er konnte erst nicht vernehmen, wo sie waren. Und dann ging er rüber zu dem anderen Sofa, welches wohl schräg gegenüber von ihm stand. Er zog die Decke weg und das, was er sah, sollte nie wieder aus seinem Kopf gelöscht werden. Er sah seine älteste Tochter Mariah und ihr lief Schaum und Blut aus dem Mund. Er erzählte sofort seiner Großmutter und diese sagte ihm, er soll sofort erste Hilfe leisten und versuchten sie wieder zu beleben. Doch ich würde es beschreiben wie eine Kurzschlussreaktion. Er konnte überhaupt nicht klar denken, er sah nur die Tür nach draußen und rannte nach draußen. Er hatte überhaupt gar keinen Kopf, wo seine anderen Kinder sind und er hat gar nichts mehr mitbekommen nach seinen Aussagen. Er rannte also vor die Haustür und setzte sich draußen hin. Er brauchte frische Luft. Da Petro so aufgewühlt und völlig überfordert war, hat er vor Schreck und Eile überhaupt nicht vernommen, wo seine anderen beiden Kinder sind. Er sah wohl nur Mariah. Es könnte aber auch daran liegen, dass er die Decke nur ein bisschen hochgenommen hat. Kurz danach wurde der Notruf von Rachel oder ihrer Tante, da sind sich die Quellen nicht einig, gewählt. Auch Rachel wurde befragt. Und das ist einfach... Ich finde gar keine Worte dafür. Rachel sagte, sie habe mit ihrer großen Tochter Mariah gespielt und gerangelt. Sie war mit einem Bein auf ihr und merkte wohl in dieser Situation, dass das Mädchen anfing, weniger Luft zu bekommen. Statt damit aufzuhören, nahm Rachel ihre Hand und legte sie auf den Mund und die Nase von dem kleinen Mädchen. Sie hörte nicht auf und die Kleine trat um sich und sie versuchte sich zu wehren. Ihr großer Bruder Zane, der selber drei Jahre erst war, fing an, seine Mutter zu stoppen. Er schrie sie an, er schlug auf sie ein und er wollte, dass sie aufhört und sie hörte auf. Doch sie hörte erst auf, als sie merkte, dass die Kleine nicht mehr atmet und regungslos am Boden liegt. Sie positionierte danach das Mädchen so, als würde sie schlafen. Danach verfolgte sie den kleinen Zane, doch sie wurde unterbrochen. Denn Petro kam nach Hause und spielte mit seinem Sohn und der Jüngsten. Als Petro dann einschlief, sagte sie ihm ja noch, dass sie die anderen Kinder zum Schlafen legt. Sie nahm Zane und brachte ihn in ein anderes Zimmer. Dort legte sie ihn auf den Boden und war mit einem Bein über ihn. Sie fing an, seine Luft abzudrücken, indem sie ihm wieder Mund und Nase zuhielt. Der Kleine fing an, seiner Mutter in die Brust zu kneifen und zu schlagen. Er versuchte sich natürlich zu wehren. Doch anstatt, dass sie aufhört, fing sie an, ihm ein Schlaflied vorzusingen. Also, das ist, ich bin echt fassungslos. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einerseits denke ich mir, okay, vielleicht hat sie das gemacht mit dem Singen, weil sie den Ton überspielen wollte, was einfach total grausam ist. Oder um einfach für sich selbst die Situation in dem Moment zu überspielen. Wie kann man nur seine eigenen Kinder umbringen? Es ist mir unverständlich. Also, machen wir weiter. Dann legte sie die kleine Katalea zum Mittagsschlaf. Sie machte ihr noch eine Flasche und füttert sie. Sie legt sie ins Bett, nachdem sie eingeschlafen war. Und dann legt sie auch bei ihr die Hand auf Mund und Nase. Auch Katalea sinkt Rachel in den Tod. Danach legte sie alle drei Kinder aufs Sofa nebeneinander und deckte sie zu. Sie ließ es so aussehen, als wenn diese wirklich schlafen. Kurze Zeit später wachte Pedro auf, wie ich euch bereits erzählte. Die Ermittler sind fassungslos und nehmen Rachel umgehend fest. Ihre Familie und alle ihre Angehörigen können es überhaupt nicht glauben, was sie da getan hat. Sie verstehen nicht, warum. Warum hat Rachel das getan und wieso ihre Kinder? Was haben sie ihr getan? Einen Tag später, am 21. Januar 2020, steht Rachel das erste Mal vor Gericht. Ihre Kaution beträgt 3 Millionen Dollar. In einigen Quellen heißt es auch 2,71 Millionen. Ich wollte mich da nicht festlegen. Deswegen beide Infos für euch. Als Rachel dies hört, fragt sie den Richter, ich werde nicht entlassen. Der Richter schaute sie fassungslos an. Rachel bat um einen Kautionsberater. Auch Bondsman oder Bail Bond Agent genannt. Bail steht in diesem Fall für Kaution und Bond steht für Bürgschaft. Diese strecken die Kaution gegen einen 10-15%igen Aufschlag vor. Rachel kann die notwendigen Telefonnummern später im Gefängnis erhalten. Sie sagte dem Richter, sie sei mittellos, da sie arbeitslos sei und eigentlich nur Hausfrau und Mutter war. Rachel macht sich in meinen Augen absolut absurde Hoffnung, dass sie ihr einen Kautionsberater die Kaution vorstreckt. Denn ihre Anklage lautet Mord ersten Grades wegen dem Dreifachmord an ihren eigenen drei Kindern. Es wird geprüft, ob die Todesstrafe in Frage kommt. Rachel bekennt sich nicht schuldig, dass sie ihre eigenen drei Kinder erstickt hat, obwohl sie es zugegeben hat. Sie bekommt einen Pflichtverteidiger. Aktuell laufen die Verhandlungen noch, aber sobald es da Neuigkeiten gibt, werde ich je nachdem, wie viel es zu berichten gibt, ein Video machen oder es euch oben in den Kommentaren unter diesem Video anpinnen. Und immer noch stellen sich alle die Frage, warum? Warum bringt eine Mutter aus heiterem Himmel ihre Kinder um? Dazu schauen wir nochmal in Rachels Vergangenheit. Rachel ist nicht vorbestraft und neben ihren Beziehungsproblemen, die sich scheinbar besserten, war Rachel wohl drogensüchtig. Sie nahm wohl Meth-Amphetamin. Ihre Familie scheint dies unbekannt. Sie wissen von früherer Sucht, doch nicht, dass es aktuell so wäre. Es kommt zu einem Videocall, während Rachel in Haft ist mit ihren Angehörigen. In diesem Videocall sagt Rachel zu ihnen, sie habe ihnen gesagt, wie überfordert sie ist. Sie fühlte sich eingesperrt. Sie brauchte einen Ausgleich und sie verlor wohl den Verstand. An dem Tag der Morde hatte sie wohl einen psychischen Zusammenbruch auf Drogen und konnte nicht aufhören, als sie einmal in Rage war. Nichts konnte sie stoppen. Sie war nicht sie selbst und sie braucht Hilfe. Ein Familienmitglied, dessen Name unbekannt ist, sagte, Rachel benahm sich merkwürdig an den Tagen vor dem Mord. Die Tante sagte, Rachel wirkte nie wie eine Gefahr für ihre Kinder. Rios hingegen sagte in einem Interview, damals hatte er viel Zeit in die Drogen investiert, doch dann lebte er nur noch für seine Kinder und wurde ein fürsorglicher Vater. Er kann nicht glauben, dass Rachel das getan hat. Sie wirkte nie so, denn sie wirkte auf ihn immer fröhlich und liebevoll zu den Kindern. Da schauen wir noch tiefer in Rachels Vergangenheit. Rachel postete in der Vergangenheit einige Beiträge. Am 8. Oktober 2013 Deine Welt ist noch nicht vorbei. Es gibt mehr in dir als die Menschen, die aus deinem Leben gegangen sind. Es gibt mehr in dir als die Leute, die sich über dich lustig machen. Es ist die Zeit zu vertrauen, wer du bist. Du bist wunderschön. Am 24. April 2014 postete sie dann ein Meme. Und auf diesem Meme stand, jeder macht im Leben Fehler, aber das bedeutet nicht, dass er den Rest seines Lebens dafür bezahlen muss. Manchmal treffen gute Menschen schlechte Entscheidungen. Das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind. Es bedeutet, dass sie menschlich sind. Diese Posts scheinen also aus der Zeit zu sein, bevor Rachel Mutter geworden ist. Das ist nochmal wichtig dazu zu sagen. Das Department of Human Service äußerte sich. Zitat Außerdem sprach die Bürgermeisterin von Phoenix, Kate Gallego. Ich zitiere. Ich möchte mir auch einen Moment Zeit nehmen, um den Mitarbeitern der öffentlichen Sicherheit zu danken, die auf den Tatort reagiert haben und derzeit ermitteln. Dies ist eine Untersuchung, die diese Person zweifelos für den Rest ihres Lebens begleiten wird. Es sind schreckliche Fälle wie dieser, die uns alle innehalten sollen, um den Ersthelfern zu danken, die sich dieser unvorstellbaren Situation stellen. Ein richtiges Motiv scheint es für Rachel nicht gegeben zu haben. Ich denke aber, es wird aus Überforderung gewesen sein und dazu kam halt noch ihre Drogensucht und sie hatte sich wahrscheinlich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Doch da wissen wir dann auch mehr, wenn Rachel vielleicht während der Verhandlungen etwas dazu sagt. Also seid gespannt. Gebt dem Video gern einen Daumen nach oben, wenn ihr ein Update haben möchtet. Ich werde immer mal reinhören, ob es da Neuigkeiten gibt. Zane, seine Schwestern Miriah und Katalaya wurden auf dem Paden Cemetery neben ihrem Onkel Brad beerdigt. Bis heute sitzt der Schmerz bei der Familie von den Dreien unendlich tief, was ich auch absolut verstehen kann. Sie wurden so unnötig und auf eine so krank, grausame Art und Weise aus dem Leben gerissen. Ich meine, wieso gibt man seine Kinder nicht weg, wenn man merkt, dass man es nicht mehr schafft? Was hat sie sich gedacht, dass sie nach dem Tod der Kinder frei ist und dann keine Sorgen mehr hat? Ich meine, nach ihrer Tat ging doch alles erst los. Danach war sie doch erst so richtig eingesperrt. Ich weiß nicht, das ist für mich alles irgendwie so unbegreiflich. Was meint ihr? Was für ein Urteil hat sie verdient? Und ist es gerecht, wenn sie die Todesstrafe erhält? Oder ja, wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. So Leute, das war der traurige Fall von Rachel Henry. Einer Mutter, die ihre drei Kinder eiskalt umgebracht hat. Und anscheinend gar keine Reue zeigt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, auch wenn es wie immer ein sehr trauriges und unglaublich erschütterndes Thema war. Doch falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich unglaublich freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Das würde mich wirklich krass freuen, Leute. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und bis dahin. Ciao!